hier fehlt strom hier fehlt überall strom leute so geht das nicht müssen wir ernsthaft strommasten durch den park ziehen ja wie blöd ist das denn das wird natürlich die schönheit des parks echt um einiges schmälern so und dann kann ich noch von hier oben kommen und so machen strom angebunden und jetzt baue einen teich oder mache einen teich ich hoffe mal dass das so passt machen wir vielleicht noch die bäume da raus weil das sieht sonst richtig blöd aus und wir machen vielleicht tag weg 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 bei bäume im wasser das spiel löschte glaube ich nicht automatisch weshalb es dann ziemlich blöd aussehen könnte wenn da auf einmal dann so fette bäume im wasser sind mein unter wasser vegetation ist das eine aber bäume es funktioniert echt ziemlich gut muss man sagen es funktioniert ziemlich gut ich habe mich immer noch nicht um die pflege gekümmert leute wir brauchen parkpflege parkpflege gebäude im parkpflege gebäude werden die fahrzeuge zur pflege des parks gelagert und gewartet diese fahrzeuge sind in der gesamten stadt unterwegs um die parks zu verschönen sowie ihre unterhaltungswerte im radius bla bla so muss neben einer straße positioniert werden jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen ja ja da die kann ich nicht im park die kann ich nicht im park position doch hier hier könnte ich machen so zack direkt daneben geben scheinbar war hier eh kein zaun okay zaun gibt nicht moment machen wir es aber zumindest so dass wir noch ein zaun ziehen können ich und meine zäune hauptsache es hat alles einen geregelten eingang und ausgang okay freizeit kein freizeitpark stadtpark wir haben den stadtpark hier okay nee nee so so geht es nicht so einmal da oben entlang dann hier rein genau dann einmal so runter an dem vorbei hier rein das sieht blöd aus hilfe das sieht blöd aus habe ich gesagt dann bräuchte ich halt hier eine gerade stattdessen und hier noch eine gerade und hier noch eine passt jetzt haben wir das ausgezäunt es gehört jetzt nicht mehr offiziell zum park und los fliege dahin du auto fliege doch gott ist wenn diese abschrägungen die sind so creepy sehr geil ich bin sehr zufrieden mit unserem stadtpark vorerst also da wird natürlich noch einiges entstehen und jetzt müssen wir auch natürlich dafür sorgen dass die eine verdammt gute anbindung bekommen also hier bus bus haltestellen und alles die frage ist gerade ob sich hier noch so eine bus linie rum lohnt schwierige frage schwierige frage ich vertage sie einfach weil wir hier bereits eine bus haltestelle haben verlangt unser park aktuell eigentlich eintritt also eigentlich würde ich gerne dass der keinen hat oh gott moment kartenpreis nein hilfe der ist for free also ob ein hallo ein stadtpark eintrittspreis glaub's hakt leute chillt mal stattdessen womit wir dann unser geld verdienen ist folgendes wir gehen jetzt her und ziehen hier so wunderschöne querstraßen nach oben und diese am besten gestern so ne jetzt komm ich setze das nochmal neu an ah ok ich sehe schon wo das problem ist so ja 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 das passt gut das passt gut nein passt nicht ok machen wir es einfach so ja unser stadtpark ist jetzt kostenlos also meine damen und herren jetzt geht es mal durch kann ja nicht wahr sein stattdessen machen wir hier zum beispiel mit moment ne ach du heilige das wasser tritt über es ist zu viel sofort weg hier ist fertig genug wasser oh gott that escalated quickly ja jetzt ok dann fließ runter los fließ weg oh gott ja so ist besser ah leute wir haben einen see und da unten noch einen unterwasser baum ah schön ein see traumhaft sollten wir ihn wirklich umsonst machen ich mein das ist schon echt heftig ok vielleicht ein dollar so dieser einfach so ein ne bringt keinen um zumindest jetzt am anfang vielleicht machen wir ihn später dann kostenlos vielleicht haben wir dann später auch andere möglichkeiten geld irgendwie damit zu verdienen ich weiß es nicht hier gibt es auch zwei eingänge die man von der monorail aus dann nutzen kann sehr schön nutzen sie sie vielleicht mehr ne ok dann halt nicht erstmal ein bisschen beobachten und die schönheit genießen wird aber noch mehr kommen wird noch mehr keine angst oh gott das kann so nicht weitergehen ich wollte ja hier jetzt diese straßen ziehen also lass das jetzt endlich mal machen eins zwei jetzt können wir vielleicht sogar die straßen vorgaben mal an machen würde vielleicht sogar sinn machen drei und schon sind wir oben so schnell ging das und da hoch ziehe ich jetzt so eine hübsche zweispurige straße mit bäumchen zugegeben die zweispurige straße mit bäumen ist vielleicht sogar die hässlichste die man machen kann warte mal das war jetzt blöd ich finde die sogar mit grünstreifen irgendwie besser weil die bäume hinterlassen so ein braunes etwas nenn ich es jetzt mal halt stopp moment also für die kurze straße da ja ja da machen wir erstmal keine ampeln die machen wir vielleicht später nochmal hin aber vorerst braucht man da keine ampeln also bitte und jetzt joa ne hm hm was machen wir da am schlauesten oh ja stimmt der park wird auf jeden fall von der größe her hier noch ein bisschen leiden weil wenn wir dann die ausfahrt da machen das könnte dann ganz interessant werden hm hm okay ja okay ein bisschen nicht für weit gedacht aber gut hm was bauen wir jetzt da hinten hin ich weiß es nicht gute frage was wir aber vielleicht tatsächlich mal machen werden ist das gewerbegebiet echt nach da zu verlagern und hier das alles weg Es scheint nicht zu funktionieren, also mach das weg, es funktioniert nicht, dann nicht, dann halt nicht, ne, bisschen so trotzig reagieren. Ja, ja, doch, passt. Ich überlege gerade, wie ich diesen kleinen, diesen kleinen Hügel da wegbekomme. Aber ob ich den überhaupt wegbekommen will oder muss. Oh, das ist bereits belegt. Ja, ich weiß. Hör auf damit. Hör auf damit, belegt zu sein. Außerdem finde ich, finde ich das eigentlich so schön, wenn das so schön ebenerdig hochgeht. Pass auf, wir machen das mal anders. Wir gehen hier einfach mit zwei Spuren rein. Knallhart. Boah, bin ich, bin ich ein richtiger Gangster? Zack. So. Ähm. Ich gehe mit der Straße hier rein. Moment, gehen wir erstmal noch kurz eins weiter. Ich gehe mit der zweispurigen Straße, mit der Einbahnstraße gehe ich hier rein. So. Und genau gegenüber, dann damit entsprechend. Auch hier wieder, wir waren eigentlich schon im richtigen Reiter. Äh, einmal so. Na, bitte drehen. Danke. Und jetzt dann einmal so. Und rein. Und einmal so. Und rein. Ähm, du darfst natürlich entsprechend auch nicht da rüber. Das wissen wir ja. Du darfst nur da und da hin. Passt. Und dann einmal kurz die Straßenführung angepasst. Na, hoffentlich passt das halbwegs. Vielleicht sollte ich da auch eine dreispurige dann machen, wenn dann hier zu viel wird. Können wir eigentlich sofort machen, ne? Also. Da würde ja dem Ganzen nicht so entgegen sprechen. Wir waren im dreispurigen. Was ist jetzt los? Was ist los mit mir? Einmal anpassen. Danke. So, sehr gut. Einmal eine komplette rechts, einmal eine links und einmal geradeaus und alles. So, eine do what you want Spur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.